So, ich hoffe jetzt einfach mal in dieser Folge schaffen wir es endlich in die nächste Wohnung. Eigentlich wollte ich ja noch die ganzen Spielkonsolen und so weiter kaufen. Könnte ich eigentlich auch noch tun. Jetzt gehe ich gerade erstmal noch hier arbeiten. Ach wunderbar. Na, was haben wir denn für eine neue Karte bekommen? Feierlicher Schrei. Ja! So. Gameplay vorher. So bekommen wir also neue Spiele gratis. Ich verstehe. Ja, ich könnte mir eigentlich noch den ganz dicken, also diesen Mini-TX-Schieß-Mech-Tot holen. Ah, shit. Na, man kann es ja mal probieren. Das Interesse ist tatsächlich sogar relativ hoch. Okay, ja, ja, alles auf ein neues Level gehoben. Das geht auch schon mal gut. Das geht auch schon mal gut. Und das ist alles. Oh nein, nicht ernsthaft, ne? Ah, reparieren. Ich hoffe, das kann ich jetzt alleine. Ja, ich kann's. Kurs fortsetzen. Habe ich denn irgendeinen Kurs hier schon angefangen? Nein, natürlich nicht. Ah, welchen Kurs kaufe ich denn jetzt mal? Der sieht gut aus. Videoaufzeichnung fortgeschritten. Yeah. Na komm. Hm. Habe ich hier eigentlich schon die 150? Nein. Ah, schade. Die habe ich tatsächlich noch nicht geknackt. Was macht der dann nochmal? Ach genau, das ist ja Videoaufzeichnung für Profis. Aber wenn ich gerade schon dabei bin, könnte ich ja jetzt eigentlich mal hier für ein Walkthrough aufnehmen. Ah, nee. Nein, nein, nein. So, den Videokurs lege ich jetzt gerade erstmal beiseite. Eine tanzende Begrüßung. Ach, wie wunderbar. Ein fachlicher Kommentar kommt immer als eine beiläufige Kritik. Ach, schade. Da habe ich jetzt leider nichts passendes für. Ah, und, 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 und. Natürlich. Ja, da warte ich jetzt gerade eine Sekunde. Zwei Sekunden, drei. Ja, okay. Sind noch sechs. Sechs Sekunden warte ich noch. Aber nicht länger. Okay, ich nehme den Zweier. Komm, komm, komm. Ja, winkende Verabschiedung. Der Rechner ist schon wieder am Arsch. Ich fasse es nicht. Ey, der will mich echt verarschen, dieser scheiß Rechner. Was mag ich noch mit dem? Ich sollte noch einen neuen Computer schauen. Ja, das ist doch mal eine Idee. Dann gehe ich jetzt erstmal arbeiten. Für 20 Piepen. Ich glaube, der letzte Rechner kostet, also der, den ich jetzt noch kaufen könnte, kostet 500 noch was. Ach, schon wieder die Nachbearbeitung. Okay. Okay, okay, okay. Ne, den anderen wollte ich haben. Genau. Das ist doch wohl nicht deren Ernst. Wie geht das? Wie zum Teufel soll das jetzt gehen? Ich kriege ja einen Anfall. Ah. Okay, komm. Schaß das drauf. Gehe ich nochmal arbeiten. Zehn Mittel. Dann noch gehe ich schlafen. Ich kaufe mir jetzt einfach einen komplett neuen Rechner. Boah, diese Rechner hier haben echt eine Lebensspanne von... Eintagsfliege. Das ist zum Kotzen. Arbeiten. Für 40 Minuten. Geht doch. Hat die Alte gerade meinen Rechner geschrottet? Sie hat meinen Rechner geschrottet. Ja, das funktioniert jetzt natürlich noch. Reparieren. Arbeiten. 30. Ich schwöre euch, wenn das Ding jetzt gleich nicht... Ah, ich werde ja wahnsinnig. Ich kann ja nicht aufnehmen. Der Rechner schmiert mir die ganze Zeit ab. Verdammte Scheiße. Aufrüsten. Los. Jetzt aber. Okay, ja, ich muss ihn jetzt ersetzen. Scheiße. Scheiße. Wie habe ich das denn das letzte Mal hinbekommen? Steh'n ja nicht so rum. Ist ja schlimm mit dir. Du Memeru. Ich kann ja nicht so rum. Ich kann ja nicht so rum. Das ist mir mal da. Ich kann ja nicht mehr so rum. Alles klar. Ich kann ja nicht so rum. So. Und das ist mir gut. Da hätte ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Schade. Aber was hat er denn schon wieder? Nein. Nervige Kritik und lustige Kritik. Hey. Wie der Computer arbeitet. Ja gut, dann lass ihn mal arbeiten. Dann gehst du jetzt nämlich auch arbeiten. So, einkaufen. Jetzt kaufe ich hier mal was Vernünftiges. Moment, wie viel kostet denn theoretisch der beste Rechner? Da bin ich schon dran vorbei. Wahrscheinlich. 500 A, siehst du? Hätte ich mir von noch nicht mehr leisten können. Na ja, na ja. Mal Consoles. Ja, okay. Die sind ja alle in einem annehmbaren Bereich. Okay. Außer die beiden. Handys. Ai. Okay. Tablets existieren also in diesem Universum noch nicht. Das ist schon mal schön. Pizza, 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 Pizza und Pizza. Erstmal für 120 Euro Pizza kaufen. Ist das jetzt hier schon direkt im Kühlschrank essen? Ich hoffe es einfach mal. Ja. Sehr schön. Mhm, mhm, mhm. Vielleicht noch ein Gameplay-Video hinterher. Mhm, 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 mhm. So, ich würde mir jetzt ganz gerne den neuesten Rechner kaufen. Eine tanzende Begrüßung. In der Waldorfschule. So, zack. Oh nein. Das will ich aber nicht mit reinbringen. Das werde ich auch nicht. Na komm, doch bring ich jetzt auch mal mit rein. Denn Einen Teil des Videos können wir sowieso nicht wieder mit reinbringen. Das ist doch mal nicht euer Ernst. Gut, dann warte ich jetzt. Oder nehme ich den Vierer da mit rein. Ja komm, ich nehme den Vierer mit rein. Wieder ein Vierer mit rein. Auch wenn er nicht passt. Bis als nächstes. Ach shit. Das ist natürlich Genau das Ding, was ich nicht mit drin haben wollte. Und hochladen. Na komm, Kurs fortsetzen. Hm, ich habe hier doch den Einkurs. Den habe ich doch schon bezahlt. Wo ist der denn jetzt? Kurs fortsetzen. Aha. Ach, schau mal an. Wer da schon wieder ist. Dass du dich noch hier rein traust. Erst mal den Rechner kaputt machen und dann so eine Scheiße hier abziehen. Hallo, na wie geht's dir? Gute Miene zum bösen Spiel. Solche, wie die ich kenne. Ja, verpiss dich nur. Ach, da hat er es gleich auch schon wieder hochgeladen. Da kloppen wir auch gleich. Einmal ein bisschen Schlaf hinterher. Und ein neues Game-Video. Oh. Ist aber voll in die Miesen gerutscht. Ah, da ist aber hier immer mies gelaunt. Ja, mit 34 können wir wohl noch ein neues Video aufnehmen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir mit einem Mono besser dran wären. Ein wütender Schrei. Ja, ein bisschen Level aufgestiegen. Da schreie ich natürlich wütend. Das ist ja vollkommen klar. Wer tut das denn dann nicht? Ein mörderischer Blick, nachdem ich etwas Hervorragendes aufgenommen habe. Natürlich. Weiter. Ach, Menno. Menno, Menno. Ja klar, da habe ich jetzt natürlich wieder nichts Passendes mit dabei. Warum denn auch? Hm. Shit. Das ist alles irgendwie... Nein, der Rechner ist schon wieder kaputt. Ich fasse es nicht. Wie kann das denn passieren? Immer und immer wieder. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Komm, führe den Kurs fort. Ach ja. Na, wir straucheln momentan so um die 100.000 Abonnenten. Oh, das neue Video kommt super an. Hätte ich gar nicht erwartet. Lerne, lerne. In der Ferne. Danach schlafen wir eine Runde, danach essen wir eine schöne Pizza. Wir kennen uns hier richtig was. Und danach gibt's auch ein neues Gaming-Video. Und zwar von... Planet Wars Cutter. Und zwar ein weiteres Walkthrough. Oh, was ist denn jetzt passiert? Eine Pizza. Mhm, mhm, mhm. Sehr schön. So, jetzt. Komm. Jetzt will ich ein paar gute Karten sehen. Okay, das sieht bisher ganz gut aus. Oh, ich hab hier ein bisschen hoch, ein bisschen viel. Oh, komm. Hauen wir jetzt richtig raus. Ach, shit. Na, mit 2 brauchen wir jetzt hier nicht weitermachen. Gehen wir weiter zum Rendern. Interesse 70% immer noch. Sehr schön. Ah, okay. Irgendwie muss ich den Sprung von diesen 100.000 Abonnenten wegschaffen. Das geht alles momentan ein bisschen zu langsam. Das Problem ist, ich werde jetzt wahrscheinlich sehr viel Zeit darauf verwenden müssen. Ah, das Video kommt relativ gut an. Ist in Ordnung. Ah, das ist diese blöden Kurse so lange dauern müssen. Ja, ja, ja. Ah, 104.000. Ich denke mir, ich werde jetzt noch ganz schnell ein weiteres Video aufnehmen. Und zwar... Planet Wars Cutter. Zack. Nächstes Workthrough-Video. Einfach, weil ich es kann. Und solange ich noch 32 Punkte habe. Ah, jetzt ist gerade die Miete runtergegangen. Das ist in Ordnung. Professioneller Kommentar. Das nächste ist dann eine fröhliche Äußerung. Und ein weiterer professioneller Kommentar. Als nächstes ist dann möglicherweise... Ah, nee. Eher der mörderische Blick. Ah, jetzt kommt der wütende Aufschrei. Ah, da habe ich leider jetzt nichts passendes mehr. Und ach, schade. Zeig mal her. Nein. Ah, zeig doch mal her, zeig doch mal her. Nö, nö, nö. Mache ich nicht. Kein Bock. Kein Bock drauf. Verpiss dich. Fällt mir eigentlich nicht so sehr, aber... Lassen wir jetzt mal so. Oh, das Interesse fällt. Schade. Das ist ein gutes Video. Würde ich jetzt eigentlich fast sagen. Nein. Huh? Speedrun. Speedrun hört sich doch gut an. Ja, ja, das abschettiere ich alles. Für solche Momente hätte ich am liebsten... Irgendwie so ein Fast-Forward-Knopf. Ich glaube, es sagt... Es wird wirklich Zeit. Aber vorher... ...möchte ich hier tatsächlich noch den neuen Rechner haben. Außerdem sagt mir... ...irgendwie mein Gefühl... ...dass die ganze Sache etwas knapp werden könnte... ...mit der... ...neuen Miete. Wobei ich dann dort natürlich zwei... ...Plätze hätte... ...um zu arbeiten. ...die Frage... ...auer kann ich... ...ein neues Gaming-Video? Untertitelung des ZDF, 2020 Einfach schnell und die ganze Zeit arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich muss 575 Dollar zusammenkriegen. Das ist der Kühlschrank, der in der Ecke steht. Das ist echt nervig. Oh, da ist jemand aber erschöpft. Oh, wir haben nun eine Karte. Konstruktive Kritik. Ja, das ist das, was ich immer verlange, aber nicht kriege. Nicht, weil die Kritik schlecht ist, sondern weil sie einfach nicht existent ist. Das kann man aber nichts machen. Ah, 40. Wow. Endlich. Hm, habe ich leider schon zwei Walkthrough-Videos gemacht? Da habe ich sogar schon drei für gemacht. Ui. Hm, zwei. Oh, nein. The Walking Fury brauche ich nicht zu probieren. Oh, komm. Na, das sieht doch gut aus. Dann mache ich noch ein Gameplay-Video. Hm. Hm. Boah, weh, du gehst kaputt. Ach, nö, oder? Was ist das denn jetzt? Ja, klasse. Was ist... Ey, was ist denn jetzt gerade mit dem Video hier los? Ich glaube, die wollen mich ein bisschen verscheißen. Eieiei, eiei, eiei, eiei. Erstmal, Raubkopierte beginn, wenn du nichts unternimmst, um eine Freundschaft bla 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 bla. Wofür implementieren sie sowas eigentlich? Das ist, äh, überflüssig. Das ist auch schon wieder so eine Kacke. Das ist unglaublich. Hm. Naja, komm, lass mal so. Na, das Interesse ist eher gering, aber ich möchte jetzt erstmal nur die Gameplay-Sachen ein bisschen hochtreiben, für das Spiel, damit ich hinterher Walkthroughs und so, ach, das ist wohl nicht wahr, reparieren, los, arbeiten, für 40. Da bezahle ich jetzt lieber die 30 Dollar Strafe und dafür kann ich dann hinterher doch noch die... Das Geld für dieses Video-Einheimsen, hahaha. Das wird doch sicher nicht mehr als 60 Dollar zusammenkriegen, wenn ich guter Dinge. Hm? Video-Fortsetzen, los! Komm, 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 komm! Oh, nein! Das lass ich jetzt einfach... Ach, scheiße, danach kommt ja nochmal sowas. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hm, klasse! Na, scheiße, was drauf. So. Oh, das Interesse schwindet aber immer mehr. 34 habe ich damit nur zusammengekriegt? Fuck! So bisher. Aber das wird, glaube ich, nicht mehr mehr. Ah, verdammt. So. Aufrüsten. Uh. Voll ins Klo. followed by Hau. So. Ich glaube, jetzt wirds in langsam Zeit... für ein bisschen mehr.. Oder habe ich den schon? Ne, da. Nein Was? Ah, mit dem Ding kann ich mir jetzt Selfies machen oder was? So, neues Gaming Ah, nein, nein, noch kein Gaming-Video Blödsinn, beenden Schwachsinn Bin ich doch jetzt lieber noch ne Runde drüber Oh, woran kann das so liegen, dass dein Computer so langsam ist? So, jetzt muss ich was essen Dann kommt ein neues Gaming-Video Und zwar, und zwar, und zwar Walkthrough Beiläufige Kritik Langer Kommentar Jetzt muss ich ein bisschen auf die Bremse drücken Oh, verdammt Naja, was soll's So, und hochladen das Ding Interesse Ach, geht doch Endlich wieder vernünftiges Interesse für die Videos Schön, 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 schön Hochladen, zack Jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten Und dann ziehe ich jetzt gleich um Hat ja alles keinen Sinn mehr Arbeiten Oh, 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 oh Oh, oh Ah ja, jetzt tu jetzt Tu es nicht so Tu nicht so, du armer Lappen Und los geht's Ernsthaft, das ist schon mal ein guter Anfang Ganz klasse Toll Ach komm, fuck Fuck it Scheiß ist drauf Machen wir Oh, oh Hmmmm... Hmmmm... Ich versuche hier irgendwie drum herum zu kommen, dass ich diese urheberrechtlich geschützten Sachen nehme. Aber so wie es aussieht, gibt das wohl ein kleines Problem. Tja. Dann eben so. Tja. Ich staune tatsächlich, wie schnell er immer wieder von seinem Job wieder da ist. Anforderungen 0? Wie 0? Kann ich jetzt einfach so umziehen. Ah, die monatlichen Kosten sind aber echt happig. Ja, okay. Aber wir ziehen jetzt so. Was? Was? Huh? Okay. Ui. Jetzt geht's aber vorwärts mit uns. Die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt und doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Ah. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Okay, äh. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Ich schau jetzt grad nochmal schnell. Hm? Ich denke, es ist ja noch oben ins Bad. Oh, Yellow Ninja-Gehäuse für tausend... Hei-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Und der soll tatsächlich besser sein als meine drei Super-Monitore hier? Ich staune. HD-CAM, der sieht aus wie... Claptrap. Oh, auch nicht schlecht. Halber Ninja-Maus. Ich frag mich immer noch, was der Schwachsinn hier soll. Ich hab doch lieber meine drei HDMI-Monitore... ...als ein... ...hobischer kleinen Piss-Monitor. Aber nun ja, gut. Wenn die Damen und Herren das vom Spiel... ...ja, vom Spielentwickler so meinen... ...stelle einen Mitarbeiter ein. Gut, das schau ich mir in der nächsten Folge an. ... ... ... ...